Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem Workout. Es ist ein Bein-Po-Oberschenkel-Workout und ich sage euch gleich, das wird eure Oberschenkel sprengen, aber sie schön schlank machen. Also keine Angst vor diesen großen Oberschenkeln. Wir machen hier schön definierte Oberschenkel in unserem Workout und es ist mal wieder Zeit für Hardcore, oder? Fangen gleich an mit den Oberschenkeln. 25,50 ist unser Intervall, das heißt keine Pausen. 25 Sekunden machen wir immer die gleiche Übung und das sind die Half Burpees speziell angelegt für die Oberschenkel, werde ich euch gleich am Anfang schon zeigen. Und dann noch 5 verschiedene Übungen, immer abwechselnd und das Ganze zweimal durch und schon sind wir bei 12 Minuten Workout. Okay, ich drücke auf meinen Chipbutt und ich habe Angst. Okay, wir fangen gleich an, es gibt keine Pausen. Als erstes gleich den Half Burpee mit Leg Lifts, weil wir wollen ja richtig auf den Po gehen, ja. Also gut, los geht's. Und runter, hoch, hoch und hoch und ich möchte nur den hier sehen. Wir bleiben schön tief im Squat. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch. Okay, das waren die ersten 25 Sekunden. Jetzt gehen wir runter. Nein, gehen wir nicht. Wir gehen in den One-Legged Squat und wechseln uns immer ab. Ihr seht, ich mache ihn ja natürlich nicht ganz tief, das ist ja auch ein bisschen sehr hardcore, sondern zur Seite, das Bein nach hinten lehnt, leicht antippen und wieder hoch. Gucken, dass ihr so tief kommt wie möglich und trotzdem immer aufs der Ferne drückt. Und hoch. Ihr könnt auch die Hände an die Hüfte nehmen. Schön tief und wieder hoch. Gerader Rücken, wenn ihr tief geht. Und tief. Und wieder hochkommen. Und das Ganze natürlich ein bisschen schneller aufgestaltet. Das hintere Bein hat kein Gewicht drauf. Wir gucken, dass eine Bein hat ein anderes Gewicht. Und wieder runter. Hoch, hoch. Wieder vor. Und schneller. Hoch, hoch. Immer Rücken geraden lassen. Und mit Power. Hoch. So. Innerfile machen wir. Das heißt, ein Bein in das andere. Und wir heben das untere Bein. Schön auf der Seite der Hüfte liegen. Und wir fangen jetzt. Ich fange auf der linken Seite an. Aber ihr könnt auch auf der rechten anfangen. Wir machen auf jeden Fall beide. Ihr seht, bei der linken Seite das rechte Bein über das linke Bein. Stülpen. Und dann hoch. Und richtig zieh. Zieh. Ihr werdet es richtig merken. Im Oberschenkel hier. Ihr zieht ja. Hör die schönen, schlanken Beine. So. Wieder hoch. Und weiter geht's. Runter. Lift. Lift. Und wieder hoch. So. Jetzt machen wir erstmal eine andere Übung. Und zwar die Side Plank Lift. Das heißt, wir gehen zur Seite, heben das Bein und drehen uns. So. Einmal drehen. Und wieder Bein heben. Schön Po anspannen. Hüfte nach vorne wieder runter. Zur anderen Seite. Gleichgewicht halten. Und hoch mit dem Bein. Und wieder wechseln. Hüfte nach vorne bringen. Wackel, wackel. So. Weiter. Wir haben keine Pausen. Wir brauchen keine. Vor allen Dingen, für die es zu sehr auf die Oberarme geht. Geht immer andere Wege und Möglichkeiten. Macht Squirt Jumps. Oder Scherensprünge. In den Trausen. So. Andere Seite unser Inner Pfeil. Also unsere innere Oberschenkel. So. Wir heben. Oh nee. Und dann sind wir fast mit der Hälfte schon durch. Hoch. Oberschenkel drinnen. Hoch. Hoch. Gerade Oberschenkel. Noch drei. Zwei. Eins. Und hoch. Und weiter geht's. Runter. Lift. Lift. Schön den Po mal zusammendrücken. Drück. Drück. Nicht zu hoch mit der Hälfte. Schön tief. Hoch. Hoch. Tief bleiben. So. Und kurz. Das heißt, wir gehen tief. Und wippen. Eins. Zwei. Drei. Und einmal hochkommen. Und wieder runter. Beine sind hüftbreit auseinander. Schön nach hinten verlagern das Gewicht. Und wieder hoch. Gut. Dreimal runter. Eins. Zwei. Schön tief. Ich möchte den rechten Winkel hier. Und wieder hoch. Und wieder hoch. Der Oberschenkel, der brennt. Runter. Und wieder hoch. Dreimal der Puls oder der Puls. Eins. Zwei. Drei. Und wieder hoch. So. Weiter. Erste Runde ist geschafft. Oberschenkel drin. Noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. So. One Length Squats wieder. Runter. Leicht antippen nur. Und wieder hoch. Schön tief. Nach hinten gehen. Hände zur Seite, wenn es euch hilft. Tief. Und wieder hoch. Und durch das Gewicht. Nur auf dem vorderen Bein. Das hinteren ist nur zur Stabilisation da. Nichts im Drücken. Ein bisschen wie so ein Knicks. Wir müssen ja Oberschenkel haben. Im Königshaus. Okay. Runter und wieder hoch. Schön tief. Hoch. Aus der Ferse drücken. Okay. So. Runter. Jede Übung jetzt nur einmal. Das heißt, wir ziehen das Kahn hart durch. Oh no. Immer schön mitgucken mit den Armen. So. Wir bleiben auf dem Boden. In our side. Fangen wir dabei links an. Und heben. Und das ist jetzt keine Ausrübung. Also konzentriert euch auf den Oberschenkel. Auf das Ziehen. Und mehr läuft's. Mehr läuft's. Hoch. Noch 20 Sekunden. Letztes Mal. Die linke Beine. Die linke Beine. So weit geht's schon. Bis zum Palustermutter-Sprache. Hoch. Nicht rumstehen. Gleich weiter. Hoch. Eins. Zwei. Hoch. Mit Power jetzt mal. Hopp. Hopp. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Hopp. Hopp. Macht schön laute Musik an. Dann läuft das. Okay. Wir machen Zeit. Lift. Hoch. Und Drehung. Und Drehung. Und hoch. Hüfte nicht vergessen. Nach vorne. Mit der Hüfte. Lift. Das ist jetzt mehr so eine Ganzkörperübung. Aber das ist ja auch nicht schlecht. Und Drehung. Und hier. Weiter. Bald ist vorbei. Bald habt ihr's geschafft. Ew. Eyer. Eyer. Und nie vergessen, gerade rücken, nach oben schwingen und da runter. Tief bleiben. Wir machen unsere Oberschenkel und sieh. Keine Pausen, keine Umstehen, nicht wissen was drankommt. Sofort mitmachen. Letztes Mal rechte Seite. Noch 15 Sekunden. Mein Oberschenkel brennt, euer auch. Das ist nicht normal. Okay, schnell hoch, schnell den Börbki, runter. Noch ein kleiner Fiesgeschraubt, Blech ist geschopft. Nochmal alles geben. Schneller werden, schneller. Schneller als ich. Pulse Squats, runter. Zwei Stunden zum Marsquats. Eins, zwei, drei und wieder hoch. Und gleich wieder runter. Und hoch. Runter. Eins, zwei, drei und hoch. Tief. Eins, zwei, drei. Wir bleiben tief. Und komm hoch. Und wieder tief. Konzentriert euch auf was Schönes, wenn ihr unten seid. Schön langsam, die Pulsen, also Pulse. Nicht so schnell. Eins, zwei und drei. Und wieder hoch. Und runter. Und hoch. Letztes Mal. Runter. Und wieder hoch. Hoch. Puh. Und hoch. Puh. 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 Ha, 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 ha. Hoch. Puh. Ah. So. Geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Mein Biba hat noch eine Runde mehr. Das habe ich eingestellt, damit wir mit den Burpees enden. Okay. Ich denke, das war ein richtig, richtig gutes Beintraining. Zwölf Minuten richtig hardcore. Und für all diejenigen, für die das nur manchmal zu hart wirkt, ihr könnt auch einfach hin und wieder die 25 Sekunden Work weglassen. Kurz durchatmen und weiter. Aber nie vergessen. Immer an euren Grenzen. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.